Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist der LRM-100 Summoner. Also das ist wirklich einfach nur ein purer Troll-Mac quasi, der nicht sehr viel aushält. Wenn ihr unten auf das Schema des Macs guckt, dann seht ihr, dass da irgendwie vielleicht ein bisschen was fehlt, mal ein nettes Panzerung. Da gebe ich nicht viel drauf bei diesem Bild. Und also das ist wirklich eigentlich primär so zum Trollen oder so, aber ich habe gerade einfach mal wieder Bock drauf. In einem Alpha-Strike schafft es dieses Gerät 100 Long-Range Missiles abzufeuern. Und das ist halt wirklich schon ziemlich sexy, aber halt leider auch ziemlich zerbrechlich. Weshalb wir uns so ein bisschen immer zurückhalten müssen, darauf hoffen müssen, dass unser Team wirklich tankt und so. Also das ist, hier ist wirklich die pure ekelhafte LRM-Spielweise, wie es so manche machen, anstatt gelegt, nämlich komplett hinten bleiben und hoffen, dass alle anderen den Schaden fressen. Normalerweise bin ich als LM-Boot wirklich komplett bevorzugt, lieber mittendrin, statt einfach nur so hinten dran oder sowas. Und suchen wir meine Ziele auch selber und so, aber hier muss ich wirklich geduldig sein und warten, dass ich so ein LM-100 Klotz auch irgendwo mal eben runterdrücken kann. Ah, das wird aber schön, ich freue mich drauf. Man muss aber auch sich seiner Sache sehr sicher sein. Wir haben hier nämlich nur 1080 Raketen am Start. Also können wir, wenn wir immer den Alpha-Strike verwenden, insgesamt elfmal abdrücken, wobei der elfte Schuss nur noch 80% seiner vollen möglichen Kapazität hat. Ah, das wird so schön. Und ansonsten, sorry, diese Woche, Anfang der Woche, nach dem letzten Livestream quasi eigentlich fast direkt, fing es an, dass mein Computer sich so überlegt hat, man könnte ja auch permanent irgendwelche Probleme haben. Ihr wisst ja, dass meine Hardware, mein Prozessor so ein bisschen den Geist aufgeben möchte. Ich aber vielleicht auch so ein bisschen was dagegen habe. So, hier Alpha-Strike, wusch, auf den Mad Dog und Roms. Machen wir noch einen. Und überhitzt, fuck. Da hätte ich aufs Abkühlen warten müssen. Dass du wirst, oh, er ist tatsächlich in den Ringen reingelaufen. Aber das waren jetzt locker 50 verschwendete LRMs. Ist ein bisschen schade. Oh, er ist jetzt unter einem ECM. Nochmal eben in die Salve reingelatscht. Ah, sehr schön, ein Hellbringer mit ECM. Komm schon, der kriegt die nächste LRM-Salve. Jawoll, und oh shit, es hat nicht gereicht zum Runterkühlen in der Zeit. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Fuck, also jetzt wird es aber echt beschissen. Ah, der Hellbringer, der wird wohl nicht mehr rechtzeitig zurückkommen. Breaker. Auf jeden Fall musste ich noch mal ziemlich viel herumtüdeln mit Hardware und Software. Oh, guckt euch das an. Na, das braucht doch richtig kleine Crap für mich. Junge, du musst tanken. Ich bin mehr Papa als sonst was. Das ist schon scheiße, wenn man auf den Lightmap angewiesen ist. So, sehr schön. Hier, Arctic Cheetah. Was ist das andere Ziel da? Der Breaker. Oh, hier. Ein Atlas. Da können wir doch mal eben eine Salve drauf abgeben. Der ist auch nicht so schnell. Da geht normalerweise jede Rakete rein, auch wenn die Peilung irgendwie kurzzeitig flöten geht oder so. Er sollte zumindest nicht in der Lage sein, sich allzu schnell wegzubewegen. Warum kriegst du noch eine Salve auf den Breaker mit dazu? Ja, manchmal empfiehlt es sich einfach nur 20 LMs abzusetzen. Mein Kill. Yes. Oh, 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 oh. Das ist schon geil. Also auch fies. Brutal. Raketen finden gleich alle. Jawohl. Was haben wir hier? Ich will bevorzugt die 200er Seifen absetzen, muss ich ja mal sagen. Einfach, weil es geiler ist. Mehr Sexiness ist dann am Start und so. ECM Marauder 2C. Boosh. Oh, shit, fuck. No. Jetzt aber hier nochmal eben ein LRM-Alpha und leer geschossen. Ich gehe mal cappen. Ich gehe mal cappen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich trotz den 732 Damage mit dem Teil. Ach, meine Güte. Also für mich persönlich ist es einfach wunderbar, um wieder reinzukommen ins Spiel. Was heißt wieder reinzukommen? Einfach mal. Zu zeigen, was so geht. Was so sinnlos ist, was aber auch so Spaß macht. Und das ist halt wirklich, es ist irgendwo sinnlos, aber es macht unfassbar viel Spaß. Für mein Team war ich theoretisch sogar eine gute Hilfe. Also die Hälfte der Kills gehen auf meine Kappe, über 700 Damage. Das ist jetzt nicht so schlecht, würde ich überhaupt frei behaupten. Also das kann man bevorzugt umsetzen, tatsächlich wenn man Gruppendrops macht, wo man sich auch ein bisschen koordinieren kann. Da ist das Ding tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also es ist ganz gut einsetzbar. Sodass man das Gerät ein bisschen zum Beispiel in den Rücken eines Feindmax navigiert und sowas. Und damit dann einfach zerschmettert. Es empfiehlt sich auf jeden Fall mal das auszuprobieren. Muss man ein bisschen mal üben und sowas. Weil es seit Ewigkeiten mal, dass ich der Teil wieder ausgepackt habe. So sieht das Ding aus. Insgesamt 38 Panzerungen. Und ihr habt es ja gesehen, Arme und Beine haben gar nichts. Und also ich habe Center Torso 10 zu 6, Seitentorso 7 zu 4. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie und ob ihr überhaupt Panzerung da verteilt dann bei dem Gerät. Hier seht ihr dann halt da einfach, wo es geht. Ein LRM-Werfer rein. 6 Tonnen Munition. Es ist jetzt nicht das meiste, aber es ist schon das Spaßigste mitunter. Module. Habe ich Advanced Target Decay und hier das gedöhnt. Und das Cooldown-Modul fand ich jetzt nicht so wichtig bei den Web-Moduls. Weil, äh, baum. Nützt mir nichts, dass sie so schnell wieder zurück, äh, nachladen, weil ich halt noch zu viel Hitze habe. Und Equipment. Also da könnte man vielleicht nochmal überlegen, ob man vielleicht, ähm, ja wobei, nee, könnte man nicht, weil wir die Tonnage nicht haben. Ich dachte gerade vielleicht Active Probe oder so. Aber da funktioniert ja gar nicht, ne? Kein Platz mehr. Naja, Leute, besten Dank fürs Zooko. Es ist schön, wieder da zu sein. Ähm, wenn ihr irgendwelche Troll-Bilds, Fun-Bilds oder sowas am Start habt, lasst es mich wissen. Ich probiere das gerne mal aus. Hau rein!